Heute schauen wir uns die besten Brawls des Weltrekordes aller Zeiten an. Wir dabei sind völlig heftige Weltrekorde, die gerade erst vor wenigen Tagen aufgestellt worden sind. Und natürlich vieles mehr. Viel Spaß! Creator Code? JoJonas. Wir legen direkt los mit dem vielleicht direkt krassesten Weltrekord. Ich konnte es nicht fassen, passt auf. Global, Brawler und dann müsst ihr Sprout schauen. Platz 1 der Welt, hat 100 Trophäen, Vorsprung, Platz 2. Aber, passt auf, 1500 Trophäen. Wir gehen aus Profil, da ist schon Sprout eingestellt. Und Sprout ist Power Level 1. WTF. Er hat mit einem Power Level 1 Sprout mit 100 Trophäen, Vorsprung, Platz 1 der Welt geschafft. Das ist komplett krank. Ich kann es wirklich nicht fassen. Der Typ ist komplett krank. Übrigens, damit neuer Power 1 Weltrekord, natürlich, und Platz 1 der Welt. WTF. Und tatsächlich gibt es auch Spiele, in denen Sprout zum Einsatz kommt, wie in dem Fall. Der Gegner will ihm einen Freebane geben, aber er nimmt ihn nicht und bringt sich auch selber um. Also auch hier nochmal Respekt, wirklich für die absolut kranke Leistung. Er muss wirklich damit mit zwei Brawler in Duellen auf dem Niveau gewinnen. Das längste Brawler-Match aller Zeiten. Power Liga. Erste Runde, nach 37 Sekunden gewonnen, dann unentschieden. Dann verloren, dann unentschieden. Wir sind schon mal über 10 Minuten und die zweite Seite hat mich einfach so... Hat mich komplett schockiert. Runde 10 steht da schon. Runde 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Runde 18 war dann ein Sieg. Was? Allein, dass die Spieler das mitgemacht haben und nicht abgebrochen haben. Das war ein Power League-Match. Ich war da schon längst rausgegangen. Also kurz überschlagen, ungefähr eine Stunde hat dieses eine Brawler-Match gedauert. Keine Ahnung, wie das passieren kann. Die meisten negativen Juwelen aller Zeiten hat wahrscheinlich dieser Spieler mit minus 21.000 Juwelen. Das sind etwa minus 1.000 Euro, die er praktisch Schulden an Brawler-Match hat. Wie das Ganze funktioniert, kann eigentlich nur durch zwei Sachen passiert sein. Er muss die Käufer zurückgezogen haben irgendwie. Oder er muss immer irgendwelche Scam-Seiten gekauft haben, wobei dann daran eher gebannt wird. Also keine Ahnung, wie sowas passiert. Wahrscheinlich hat er da irgendwie gekauft, die dann ausgegeben und dann wurden die wieder abgezogen. Und das ist bis alle Ewigkeit jetzt im Minus. Perfekt. Der erste Spieler auf 1.000 Trophäen. Wie sieht da das Tor aus? Es muss noch 2018 gewesen sein. Da gab es noch nicht mal Rang 30. Jetzt passt auf. Was wird denn dann passieren? Das ist unfassbar. Das ist das letzte Tor. Hä? So sieht das Ganze aus. Power 10 gab es da schon. Und dann Rang 20 mit 1.000 Trophäen. Es gab maximal Rang 20. Er hat 1.000 Trophäen erreicht. Überleg mal, wie krass das dann damals war auf Matchmaking. Plus 2 hat er dafür die Runde bekommen. Normalerweise kriegt man selbst bei 1.250 inzwischen plus 3. Und so wurde YDE zum ersten Spieler, der den Rang 35 Brawler auch geschafft hat. Twisty Trick kennt ihr vielleicht auch von den Trophäenrekorden später. Das ist ja noch krasser. Sun Bentley kennt man glaube ich auch. Das heißt wahrscheinlich jetzt auch irgendwie plus 3. Ah ne, das ist der erste Rang 35er aller Zeiten. Aber da gab es dann auch wirklich Rang 35 schon. Okay, crazy trotzdem. Was natürlich nicht fehlen darf, ist die beste Big Box und Megabox aller Zeiten. Also das ist komplett krank. Er zieht ersten Legendären als ersten Brawler. Und ihr könnt euch schon denken, was dann der zweite Brawler sein muss. So, er beruhigt sich erstmal wieder. Und es kommt einfach noch Crow raus. Zwei Legendäre aus einer Big Box. Das wäre so, als vielleicht aus einem mythischen Startup zu zweit zu ziehen. Oder ja, so ungefähr. Dann natürlich die meisten Brawler, die jemals aus einer Megabox gezogen worden sind. Und ihr seht, das sind einfach 5 Stück. Wir hatten Barley, dann ein Bekal. Und ihr seht, das ist einfach eine Gruppe hier an Kindern. Die hat einfach so die Weltrekord-Megabox hochgeladen. Und die haben sich so gefreut. Übel, übel geil. Mortis hat nur noch 5 Brawler einfach gezogen. Das war das krasseste. Die beste Megabox aller Zeiten ist für mich aber immer noch die von Marvin. Erster Brawler ist Rico. Dann zweiter Brawler ist Piper. Dann hat er einfach Crow gezogen. Und es geht noch weiter. Ja, er zieht einfach noch Leon. Das war einfach die Box. Also für mich die beste Box aller Zeiten, die ich so gesehen habe. Der höchste Brawler aller Zeiten war Shelly auf 3507 Trophäen. Icy. Habe ich jetzt noch nicht gehört tatsächlich. Und er hat das Ganze in Soloshodern geschafft. Und hat er echt nicht geteamt? Also wir sehen es hier mal. Hä? Ah, Soloshodern Plus. Steht dabei. Okay, trotzdem. Hä? Habe ich gar nicht mitbekommen. Sage ich ehrlich. Ich dachte, der Rekord wäre bei 3400. War er wahrscheinlich auch bis dahin. Ja, wir sehen. Junge, wie krank. Er kriegt halt für jeden Kill extra Trophäen. Das stimmt. Das ist echt. Das ist ja so geil. Ohne Teaming. Wieso ist Shodern Plus rausgenommen worden? Ich glaube, weil das ist krass. Weil wahrscheinlich zu viele Trophäen damit gepusht werden könnten. Jetzt mit Winstreaks wird eh wieder alles nochmal krasser werden. Deswegen ist dieses Video vielleicht auch noch besser. Wir sehen aber den letzten Kill. Weil die ganzen Rekorde wieder so krank gebrochen werden bestimmt bald. Der Weltrekord für das größte Healing. Also wer am meisten praktisch geheilt hat in einem Spiel. 729.000. Das ist ein Perfekt für die Quests auf jeden Fall. Ich glaube. Ich schaue mal hier rein. Das war bestimmt eh ein Testspiel, ne? Logischerweise. Aber ich glaube, es zählt halt für die Quests auch leider nicht. Aber trotzdem. Der Weltrekord für die schnellste Runde aller Zeiten. Es gab hier eine Map. Ihr seht es direkt. Ihr spawnt instant auf eurem Tresor. Also auf dem gegnerischen Tresor meine ich. So, man sieht es hier schon. Am besten ist dann die Kombi mit Spike. Das heißt, Triple Spike direkt im Tresor drin. Und dann geht das Match unfassbar schnell. Ich habe übrigens so es geschafft. Ich glaube, ich muss mal kurz nachschauen. Das Ganze war in Mapmaker. Damals konnten auch noch Trophäen pushen in Mapmaker. Und ich habe es in 45 Minuten geschafft. Von 0 auf 750 Trophäen. Das ist kein Witz. Wir müssen mal hier sehen. Den Timer vielleicht in der Ecke. Hä? Da sehen wir es mal. 7,63 sogar schon. Bei 46 Minuten. Und dementsprechend, der Weltrekord lag bei einer Sekunde. Man sieht es in der Mitte, ne? Da steht die Zeit unter diesen Wurst. Ja, perfekt. Eine Sekunde. Drei Spikes. Besser geht es halt nicht. Crazy. Einfach eine Sekunde Runde. Der Weltrekord für die meisten Dynamite Jumps am Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, zwölf. Der Rekord für den meistgespielten Brawler aller Zeiten. Das sind Stats von über 30 Millionen Spielen. Wir sehen auf Platz 3 ist Crow. Dann kommt Surge mit 1,1 Millionen. Und auf Platz 1 Mortis mit 1,6 Millionen. Also fast 50 Prozent mehr genutzt als Platz 2. So beliebt ist Mortis. Surge, Crow, dann kommen Buzz, Dynamike und letzter war Rosa schon mal im März 2023 zu dem Zeitpunkt. Interessant. Okay, hab bestimmt drauf gewartet. Jetzt natürlich der Weltrekord. Ich hab extra gesucht für die größte Siegesserie in Brawl Stars. Das Update ist ungefähr erst so eineinhalb Wochen draußen. Also ich hoffe, wir sehen noch höhere Streaks. Aber das ist schon mit Abstand das Höchste, was es bisher gibt. Und zwar VTZM. Ihr kennt ihn vielleicht. Der Spieler, der als zweiter weltweit, er ist dritter weltweit, die 100.000 erreicht hat. Platz 2 der Welt auch. Ist hier auch dabei. Also natürlich absolut kranke Pros hier aus Südamerika. Und jetzt passt auf. Wir gehen hier einmal rüber und sehen 329. 329 Siege am Stück haben sie geschafft. Dafür braucht man, selbst wenn man extrem schnell spielt, Minimum 6 Stunden. 6 Stunden am Stück nur gewinnen. Absolut krank. Und das entspricht ungefähr, ich glaub fast 4000 Trophäen, die er damit pusht. Und er hat verloren, ne? Bei 329 leider dann am Ende. Aber total krank halt, ne? Es gibt einen Weltrekord für das schnellste Tutorial-Duo-Spielen. Äh? Da kann man sich so reinbacken. Und wir sehen, das ist der aktuelle Rekord. Er ist dann halt instant auf dem Bot drauf. Und braucht damit etwa 37 Sekunden. Dann natürlich die ersten 100.000 Trophäen weltweit. Und die kamen von Hyra. Zumindest in der weltweiten Version. Denn nicht vergessen, es gab natürlich auch diesen Spieler auf der chinesischen Brawl Stars Version mit 100.000 Trophäen. Ich persönlich werte die chinesischen Brawl Stars Rekorder nicht so wirklich. Weil es komplett unabhängiges Spiel ist mit eigenen Servern. Das heißt, man kann ja auch nicht gegen den chinesischen Server spielen. Und die haben auch teilweise eigenen Regeln. Und eigene Formate, eigene Skins und so weiter. Deswegen, man kann sich drüber streiten. Für mich ist Hyra der Erste, der es im Brawl Stars geschafft hat. Das ist halt wie ein anderes Game in China. Ich muss mich korrigieren. Der höchste Brawler aller Zeiten war in Showdown wahrscheinlich auf 3.500 Trophäen. Aber es gab eine Jeannette auf 3.750. Ich wusste doch, dass er irgendwie eine Jeannette Rekord hatte. Der am längsten inaktive Brawler-Account aller Zeiten war zuletzt online. Zu diesem Zeitpunkt, vor 2.028 Tagen. Das ist komplett krank. Ihr müsst überlegen, das sind fast sieben. Inzwischen sind es sogar ziemlich genau sieben Jahre. Denn das Ganze ist schon ungefähr ein Jahr her. Also inzwischen sind es etwa 2.500 Tage zuletzt online. Und das bedeutet, dass Brawl Stars damals noch so aussah. Das hier ist die allererste Version von Brawl Stars. Es sollte damals so ein Weltraum-Laserspiel werden. Colonel Ruffster damals zum Beispiel auch schon ein Konzept. Da vielleicht mal in einem zukünftigen Video mehr dazu. Dann natürlich der Weltrekord für die meisten Gems auf einem Account. Und zwar 100.000. Weniger überraschend kommt der Rekord von Lukas. Wobei fairerweise Lex Brawl Stars, das ist ein anderer großer Brawl Stars YouTuber, das vorher auch schon gemacht hat. Aber über die 100.000 habe ich zumindest nichts gesehen. 5.500 Euro auf einem Account. Ja und wenig überraschend hat er eigentlich alles damit gezogen. Außer zu diesem Zeitpunkt halt die Trophäenfahrt Brawler, die es damals noch gab. So, hier nochmal die Reaktion auf den letzten Legendären. Ich glaube es war der letzte. Ja, let's go. War krank? Okay Leute, Leon wird es endlich auch. Die Omega Box hat auch kranke Weltrekorde gebracht. Die meisten verbleibenden Gegenstände aller Zeiten. 16 verbleibende Gegenstände. Es war scheinbar sogar ein deutscher Spieler, weil alles auf Deutsch gestellt ist. 6 verbleibende, die blinkt. Geil. Getsch für Poco nochmal. 4 Brawler sogar, oha. Dann kommt Otis, Bibi und Max. Krass, krass. Dazu hatte ich auch mit Lukas ein 100 mal Omega Box Megabox Opening Battle gemacht. Wir hatten alle unsere Omega Boxen auf den ganzen Accounts geöffnet und ja, absolut kranke Sachen auch gezogen. Die längste Showdown-Runde aller Zeiten kommt übrigens von Pookie. Viele kennen bestimmt noch von seinen Brawlers-Videos früher und er ist da schon über 10 Minuten im Game drin. Und irgendwie konnte man sich damit unendlich healen. Hä? Und wie ist es? Achso, das ist Duo-Showdown, wie die es irgendwie gemacht haben. Mit Duo-Showdown bestimmt. Ganz, ganz krass. Über 13 Minuten geht die Runde und dann ist es einfach vorbei. Plötzlich ein Countdown. Wahrscheinlich, weil das Game auch irgendwann genug hat. Ich weiß nicht, wie es da programmiert wurde. Platz 2 und dann kommt noch dieser unfassbar verbuggte Screen einfach. Auch in alle gegen einen gab es einfach dann irgendwann einen Timer. Damals war Brawlers noch hochkant und der Spieler hat es einfach geschafft, 8 Minuten zu überleben. Inzwischen ist das Ganze ja sowieso begrenzt. Früher konnte man aber auch Zeiten aufstellen. Sehr kranker Weltrekord. Achso, er ist übrigens die kompletten 8 Minuten einfach nur weggedashed die ganze Zeit. Da hätte ich ja gar keinen Bock gehabt. Aber wie hat er das geschafft, so gut wegzudaschen? Acht Minuten lang ist ja krass, wirklich. Die meisten Cubes aller Zeiten. Wir sehen eine Pam mit 43 Cubes, die immer mehr Cubes sammelt. 44 sind es inzwischen. Der Tick hat jetzt hier auch einiges am Start. Und die haben das wieder so ein bisschen mit Duo-Showdown gelöst. Das heißt, ihr seht eben, ich weiß nicht, immer so, ach so stimmt, immer ein Teammate einfach am Leben gelassen. Dann so ein langes Kick gecampt. Und die haben es wirklich auf 100? Ey, man konnte es aber eigentlich nur auf 99 schaffen, dachte ich. Zumindest war das im Takedown so. Da ging es sogar über 100. Ach krass. Am Ende waren es 156. Hä? Also das haben die begrenzt dann später. Aber ist ja nur für Takedown eigentlich relevant gewesen wegen dem Bot dann. Man konnte sich ja früher einfach Brawlboxen und Bigboxen ansparen. Und der Typ hat es einfach gemacht und hatte 9755 Brawlboxen. Und hat sich dann irgendwann entschieden, die alle aufzumachen. Also das ist wirklich absolut krass. Da muss er ja so viele Stunden gespielt haben dafür. Hä? Das ist wirklich ein Klassiker. Wieder YDI. Damals übrigens wirklich so ziemlich einer der besten Spieler weltweit, soweit ich weiß. Sehr krasser Spieler. Übrigens habe ich ihn auch in Paris kennengelernt bei der Brawl Stars WM. Und was soll ich sagen? Das hier ist das allererste Mal, dass es jemand geschafft hat, ultraswierig 16 in Bosskampf zu erreichen. Das heißt, damals war das unfassbar schwer. Einem Skywax hier auch dabei. Ich glaube, das ist Österreicher, glaube ich. Also einer der besten Spieler auch weltweit mit Skywax auch nochmal am Start. Den anderen Spieler kenne ich jetzt nicht. Aber das haben die gebraucht, um wirklich als erster weltweit ultraswierig 16 zu schlagen. Hat keiner vorhin geschafft damals, weil der Bot so schwer war. Oh, die meisten Star-Punkte aller Zeiten. Landi. Grüße gehen raus. Landi hat inzwischen, ich weiß nicht, ob er noch immer Brawl Stars spielt. Er hat auf jeden Fall inzwischen aufgehört, soweit ich weiß. Er hat unter anderem auch den Rekord für die meistgespielten Brawl Stars-Stunden aller Zeiten damals gehalten. Und dementsprechend sehen wir hier die meisten Star-Punkte. Ich weiß, die sind inzwischen entfernt, aber die meisten kennen sie vielleicht noch. Das war halt diese Saison-Belohnung. Bevor es Bling gab, wir sehen hier erstmal seine letzte Belohnung. Oh, Junge, es waren so viele Punkte immer. Ich vermisse es, dass man wirklich keine neuen Star-Punkte-Skins mehr rausgebracht hat, wie Goldmecha-Crow oder Bow. Und da sehen wir es nochmal. Er hat nämlich 900.000 erreicht. Ne, das war sogar noch krasser. Jetzt später noch. Das muss ich kurz suchen. Jetzt habe ich es gefunden. Grüße gehen raus. An Landi. 50.000 Star-Punkte hat man da bekommen für Champion Solo oder ist egal. Also Champion Power-Liga einfach. Eine Million erreicht als erster, soweit ich weiß, als erster weltweit. Damit konnte er so 20 Mal den Mecha-Bow oder Crowskins zum Beispiel kaufen. Also es entspricht vielleicht umgerechnet in Bling wahrscheinlich so, wahrscheinlich 30.000 Bling, würde ich sagen, umgerechnet. Die meisten Kills in einer Runde. Das ist ein Testspiel-Lobby. Relativ leicht. Er macht immer die Ulti auf so drei Brawler, ne? Die gehen jetzt auf den Haufen. Immer wieder. Zack. Und dann muss er es perfekt timen. Und am Ende waren das dann 109 Kills scheinbar. Und über 100 Sterne. Hä? Total krank, oder? Aber irgendwie auch dumm. Natürlich darf dieses Video nicht fehlen. Das teuerste Brawl-Stars-Video aller Zeiten, 200.000 Gems, kommt von Lukas Brawl-Stars tatsächlich. Und wir sehen, ich war auch dabei übrigens, jeder hatte 50.000 Gems auf seinem Account. Umgerechnet sind das 11.000 Euro, die Lukas hier ausgegeben hat. Absolut krankes Video. Macht sowas natürlich nicht zu Hause nach. Wobei die meisten, wenn sie es wahrscheinlich eh nicht leisten können, gehe ich mal von aus. Ja, wir sehen hier, wie das Ganze ausgesehen hat. Ich glaube, alle Accounts hatten dann alle Brawler am Ende. Ne, ich glaube nicht ganz. Hey, ich habe das gewonnen, das Opening-Battle sogar. Oha, guck mal hier. Die meisten Punkte gehabt? Wusste ich gar nicht. Und da war ich natürlich hier am Start in dem Weltrekord-Video. Lukas schreit hier nochmal. Crazy. Schade, dass Opening-Battles nicht mehr gehen irgendwie. Aber ja, ist halt schwierig, gewiss. Ja, wegen Lootboxen, Glücksspiel und Suchtgefahr. Deswegen, ich finde es wie gesagt besser, dass die Boxen raus sind. Welchen Weltrekord fandet ihr am krassesten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Also ich persönlich glaube ich sogar den Power-1-Prot. Schaut wie immer gerne vorbei über jojonas.shop oder bei dem ersten Link in der Beschreibung für meinen Merch. Der ist noch bis Weihnachten verfügbar. Also jetzt wahrscheinlich nur noch ein oder zwei oder drei Tage, je nachdem bei euch. Deswegen, schaut gerne vorbei mit unterschriebener Autogrammkarte und der Chance, ein Video mit mir zusammen zu gewinnen. Haut rein. Danke wieder für ein sehr spannendes Video mit euch zusammen und für euren Support. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.